Hallo und Herzlich Willkommen ich bin Macamagall und Willkommen zu meinem GapKnappchen Kanal mit den Exodus Primatus, wir spielen wieder Dead by Daylight. Ja, let's fucking go! So, Mutters Behausung, schon wieder. Ja, nach gefühlten tausendmal vom Host getrennt und so und abfuckerun, wenn man mal drin war, weil nix funktioniert heute. Ja, kann man nix zu sagen heute. Blutpunkte auch etliche verloren. Ja, wegen so'n Scheiß. Und Items auch, weil es schon ein paar mal passiert ist, dass der Killer einfach mal keinen Bock mehr hatte, hat verlassen und wir haben nur 5000, die Runde hat noch nicht mal richtig begonnen. Alle Items back und Blut, äh, Bluttropfen, besser gesagt, verloren. Richtig assi. So. Oh, ich höre schon, dass der Doktor. Ja? Ja? Ja, ich höre, die sind komischen Elektroscheiß. Boah, Mann! Ich könnte kotzen, ne, heute läuft gar nix. Ich geh zum anderen Generator. Hier ist mein Zwillingsbruder. Es geht. Okay, halt der Herzschlag. Ja. Bist du das gewesen? Neee. Okay. Ich hab gleich die Häktion geschafft. Das ist sehr gut, ich mach jetzt mal Tote, damit ich schonmal bisschen Punkte hab. er sucht er sucht er sucht er sucht er sucht er sucht er dich ja jetzt weg bin auch gerade ein generator bei hast gerade generator fertig gemacht okay dann war es ein anderer ich habe seinen dings gehörte waren der doktor ist der assist killer von allen also ich hatte den über alles wenn wir die hasen die krankenschwester sind die einfachsten also finde ich ein bisschen schwieriger aber gegen die habe ich bis jetzt wenn es hochkommt fünf mal verloren die krankenschwester habe ich halt noch nie verloren die ist mir recht einfach fertig also wir sind jetzt gegen die verloren ich bin auch fertig fertig die runde läuft schon mal besser ich bin am generator ich gehe hier oben auf dem haus aber hier ist auch eine ball da ist er ich sehe ihn alles klar klar ich sehe dich siehst du uns hier oben aber wir sind noch gleich fertig du brauchst nicht hochkommen ja es läuft wie soll lief es beim bei der letzten aufnahme oh hier ist ein generator natürlich ist die alte nicht mitgekommen die hätte mir ruhig helfen können oh gott er kommt oder kommt denn hier bei den anderen kleinen haus ich will hier an der kiste ran hier sind kleine so eine kleine hütte wo drinne fleisch hängt da draußen an am haus dran ist ein generator den ich angefangen habe ich habe eine taschenlampe geil scheiße ich höre mal head schlack hier das ist irgendwo in irgendeine ecke schulz hallo ja findest du ihn nicht ich bin jetzt bei dieser komischen hütte so eine kleine hütte nicht das große gebäude ach so was dort ist bei mir näher das muss weiter eine ecke muss so hin irgendeine ecke ich gehe jetzt mal im keller und gucken was hier unten drin ist nix da ist nix drin ich habe den generator jetzt schon gleich drei viertel fertig ja sehr gut bei mir ist auch welchen ausgang mach nun mal fertig und ich die so kraft die kiste ja so machen wir das dann nehme ich das mit das ist besser verstehe verstehe ich tatsache verstehe besten 10 aus dem ganzen trick für mich alles klar ist Gott er kommt zu mir ich war gerade auch ist bei mir er kommt durch senster schlag ihn schlag ihn er jagt nur mich hat den anderen typen gar nicht gesehen ach da wirst du kommen jetzt bist du gar nicht das bin ich nicht ok es war dein zwillingsbruder das ist ein problem ich habe dir gar nichts getan er hat mich gekriegt scheiße hier sollte keller verdammte pisse der keller das ist ja gleich beim ausgang ach du bist immer ganz anders ich bin bei ganz großen aus auf jeden fall sind beide ausgänge jetzt offen rein die ist eine Rolle die macht ja den anderen auch ja das ist sehr schön versucht mich mal zu helfen ich denke mal er kämpft jetzt bestimmt aus frust weil er nur noch nicht kriegen kann heute könnte ich bitten doch ja was soll denn das jetzt schon wieder er schlägt auf mich ein ja ey da hat er schon den besten killer einliegen boah was soll denn das was schlägt denn auf mich ein oh ist das dumm jetzt rennt er weiter ja weil er weiß er kriegt keinen anderen mehr oh und er jagt nur mich na klar ne ok ich muss den ausgang finden hier hab ihn gefunden scheiße ich seh dich go go ich halte dich noch fix ja dann kriegst du auch noch Punkte warte yeah geil meine fresse eh so ne Leute hasse ich eh ey steck den doch nicht zu tief rein hehehe und weg hier oh der kack jetzt bestimmt der scheiß killer kack bestimmt richtig wo ist er denn ich hab die alte geblendet und die blenden mich zurück ok ja lass uns raus hier komm naja gut was für eine ja kuriosse runde ringgekloppt und tüdelüüüüüüüüüüüüüüüüü Steel Senior Schuss Tschüss